Und jetzt kommen wir zur großen Frage, Leute, was ist mit Simon Will? Ey! Ja, ich fang an zu vloggen, ja, ich fang an zu vloggen Ja, ich fang an, ich fang an, ich fang an zu vloggen, ja Ja, ich fang an zu vloggen, ja Ja, ich fang an, ich fang an, ich fang an zu vloggen Ja, ich vlogge Keine Angst, Leute, ich werde nicht so ein Blogger, der irgendwie morgens aufsteht Und seinen Wecker erstmal aufstellt, seine Kamera einstellt und dann so Oh, der Wecker, ich wache auf Oder ein Blogger, der im Wohnzimmer seine Kamera einstellt und so reinkommt und dann so tut Wow Also, ihr braucht auf jeden Fall keine Angst haben Wir werden meinem Kanal einen neuen Shake geben Warum ist das gerade so episch? Ich habe mir gedacht, unsere Batteries müssen sich entwickeln Zu etwas Großem Zu einem Imperium Mir fehlen die Wörter Bevor wir aber zu Falco gehen, Leute, habe ich noch ein paar Leute hier bei Simon zuhause Ich bin ja zu Besuch gerade Und zwar einmal Jay Oh, hi, gar nicht gesehen Wie hier Oh man, Simon Hör auf, Simon, Simon Leute, der Daniel, der geht hier am vloggen oder wie oder was, ja Der denkt, der kann hier einfach reslamatieren Wie ihr gemerkt habt, gibt es auch ein Problem mit Simon Der Digger, hast du nichts? Hast du nicht weggegessen? Was hast du gesagt? Was machst du hier für den Dachen hier mit dem Vloghammer? Kannst du bitte aufhören? Kannst du mir meine Kamera zurückgeben? Nein, 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 nein! Deswegen gehen wir jetzt erstmal zu Falco Jay, bist du ready, bro? Ich bin sowas von bereit Alter, du warst jetzt echt ready, Alter Wir machen jetzt mein Logo, Leute Ich bin unten Ja, ich hab mich heute Hey, was geht da, Bruder? Tag, guten Tag, Bruder Guten Tag, was für eine Überraschung Überraschung Willkommen in die Team Bro Headquarter Oh, shit Es ist mir eine Ehre, Falco Bruder, es ist mir, Alain Mit dieser Hand Um besser zu zeichnen Alter, ja Schlimm Ja, Leute, wie gesagt Ihr könnt in den Kommentaren schreiben Wie das neue Team heißen soll Ich überlege mir auch was Ja, ne? Der Banner wird noch nicht ganz für euch gezeigt, Leute Denn das braucht noch ein bisschen Zeit Wir wollen uns da ein bisschen mehr reinfuchsen Und der Name soll stehen Deswegen, Leute Vergesst es nicht, in die Kommentare zu schreiben Dann kommt auch der Banner online Okay, Leute Wir sind erstmal fertig für heute Immer schön, mit den Geschäften zu machen Falco Falco Jay Ich weiß es nicht Okay, Falco Ich hab von deiner Falco Magie gehört Oh Bro, das ist ja immer dein Mit der Falco Magie kann man Viel anderes machen Was denn? Auch Teleportation Nein Ja, okay, dann bringen wir es nach Hause Bring uns nach Hause Okay, okay Ready? Drei Zwo Eins Wow Bruder, das hat richtig gut funktioniert Leute Check das, Francesco Warum bin ich wieder bei Simon gelandet, Digga Leute, ich finde es irgendwie besser Mit euch mal persönlicher zu sein Weil meine ganze Laufbahn war einfach so Mystery Keiner kannte mich wirklich Und ich dachte mir Ich glaube, wenn ihr mich langsam mehr kennt Dann werdet ihr auch verstehen Wie meine Musik ist Das Wetter ist viel zu heiß, Leute Ich komme auf diesem Wetter nicht klar Deswegen nehme ich euch überall mit Ich zeige euch meine Jungs Ich zeige euch meine Gesangslehrerinnen Ich zeige euch alles, was passiert Und ich sage euch, Leute Das ist eine verrückte Welt, in der wir uns bewegen Das Coole ist einfach Ich kann meinen Kanal einfach aufbauen, wie ich möchte Erwartet jetzt nicht, dass jeden Tag Vlogs kommen, okay Ich werde einfach Vlogs aufnehmen Wenn irgendwas gar nichts passiert Und jetzt kommen wir zur großen Frage, Leute Was ist mit Simon Will? Hey Ich hab das nicht gemacht, Mann Ich hab's wirklich nicht gemacht diesmal Simon Ahhhh Ich hab das nicht gemacht diesmal Ich hab das nicht gemacht diesmal Ich hab das nicht gemacht diesmal Ich hab das nicht gemacht diesmal